Hallo Leute! Heute kommt endlich die Luxemburg Candy Challenge. Wir haben hier eine kleine Tüte. Wir haben für 8,50 Euro. Und legen wir dann los. Möchtest du ziehen? Ja. Nicht gucken. Pizza! So, dann mach ich jetzt nur noch. Ich möchte mit Champignons. Warte, ich salbe. Die Tüte ist zwar klein, aber wenn ihr einen zweiten Teil möchtet, dann gebt uns einen Daumen hoch. Ja! Soll ich das? Ich mach das auf. Oder nimm die Schere, falls etwas nicht aufgehen sollte. Von den anderen Sachen. Ich hab die schon echt lange hier. Wir haben hier auch einen Mülleimer. Und dann sind hier noch zwei, die können wir uns später aufklären. Hier ist es. Gutes Weingummi. Für später. Später auch. Warte. Später. Okay. Ach! Ach, nö! Das sind so Brausenteile. Noch ein, zwei, drei. Nein, wir haben doch... Ja. Ah, ja. Und wir müssen die Tüße jetzt ächsen. Ja, ok. Mach doch lieber Backpubber so. Die Größe so ein bisschen in den Mund. Nein, nicht nur andere. Ich meine, warte. Ja, das gibt's zum... Kaugummi. Da steht ja auch... Okay, wir müssen das ächsen, ok? Ok, warte. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, dann. Anja, jetzt vermärkst du dirk. Bisschen Paunen! Hm, das ist auch da hier! Hm, ja. Bisschen Paunen. Ich hab was Körnchen damit geblieben. Klicke Bonbons! So! Also, das was die Jungen eigentlich nicht haben. ja ich hab dich schon mal gegessen mit Luna und sie ist sauer oder nein das wird zum Kaugummi mach gleich da ist etwas drin äh ja wir haben die glaschen Kleidern weil wir haben im Video vorher gesagt das sind heute und schwach kommt morgen kommt noch eins und zwar die Lippenflecken also mit Lippenflecken Rieschen und so und wir stellen die Arten auch vor ist gut, aber am Anfang ist es eher gut diese legen wir uns für zum Schluss raus da die etwas länger zu bekommen sind und so wir kennen die schon aber wir haben sie uns trotzdem wir machen kann ich ziehen? mhm noch dich und danach bleib ich manchmal in meiner Falsspanne hängen nein oh Finny Boom Vampir Garn meine Schüsse sind das Glitz und noch mal hier sind die Arten und die sind die Arten die sind die Arten die sind die Arten nicht gut aber zum Schluss sind die super warte ich bin mir sicher ich hab das freigenommen hier super okay so blau 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 sind die blau? keine Ahnung ich hatte noch nie der das mach dich ich lese mal ran aber das rieche ich ganz komisch mhm das wird auch wieder zu alle Sachen weißt du wo die Kamelbälls und alles lag das sind das sind alles komisch also ich kann sie aus okay mein ist schon kaputt das ist sauer mein ist Hunger meh mhm Nimm es hier das nächste Mombom Blah so das ist der Fremdlisch wir haben nur Eisen genommen sehr gut ja ich würde sagen eine ja ja jetzt haben wir es jetzt zwei genommen also Eisen reicht auch und für uns wir sind clean und wir haben das gleiche Blut du musst das Gelbe da reinziehen ja ich bin es dir ich bin es dir so nein das geht so Nein. Nicht ins Auge. Was kommt denn? Noch! Ah! Halt dir mein ganzes Gesicht hier runter und gehen. Na? Ist das schmerzhaft, oder? Nein, aber mach! Wir kommen etwas näher. Das klebt rundherum hier. Okay, kann ich die? Stell das auf die Scherz drauf. Ja, aber ich setze jetzt nicht auf die Scherz drauf. Dino Eggs! Ich hab die auch schon mal begestern. Ich hatte die Kuh, oder? Nö, so. Aber auf deinem Kanal. Nein, ich hoffe, dass es nicht drückt. So. Mach da bei diesem Druck. Da ist, denke ich, eine blaue Flüssigkeit drin. Kannst du sofort? Ja. Ich denke, da kann man sofort drauf kommen. Cheers? Cheers. Hopp. Einfach völlig kaputt. Da ist noch rote Flüssigkeit drin. Das geht klar. Ja. Ja. Mach so viel mehr. Hm? Ich fände sich bald jetzt hinweg. Und ja. Wir haben hier schnell so viel. Aber das geht. Aber gleich kommt noch die Zettkulé. Hm? Zettkulé. 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 Mhm. Ich muss den wegzuschweißen, aber der ist schon. Ich wollte den nochmal gut kauen. Mach dich ziehen. Zieh mal. Und dann. Zettkulé. Der blaue. Dieser. Neun. Ich will den hier. Ich will den hier. Blau. Kacke. Ich komme nicht sofort drauf. Sie sind hart. Denn wir haben noch einen Tag. Warte? Ja. Es tut mir so leid. Okay. Ich wünsche dir viel Glück. Es war schön. Ich hände erst mal. Freizeit. Ich habe es nicht rausgekuckt. Ach du Scheiße. Ne, da habe ich bestimmt jetzt Screenshot gemacht. Ja, du schon danach. Oh ja. Ja, Screenshot steht. Okay, es geht. M-mh. Bei mir nicht. Ja, das wird ekelhaft. Ist okay? M-mh. Das war meine Ohrensinn. Oh fuck. Oh fuck. Wir haben hier noch grüne. Warum hast du die genommen? Ja, ich mich kurz. Schmeiß jetzt weg. Ekelhaft. Zieh. Meine Zunge ist echt blau. Okay, nicht zu viel. Ja, aber schnitt zu viel ist gut. Ja. So. Das klebt auch mit den Fingern dran. So. Ich mache die Tube zu. Die klebt echt. Ich habe schon. Komm den so. Das klebt. Und das schnitt. Und dann ist halt weiter. Das färbt. Geht nicht mehr mehr. Kannst du definitiv behalten. Ja. Und was kann ich dann behalten. Danach schauen wir das. Dann schauen wir das. Das hat die Nase. Okay. Das hat die Nase. Das hat die Nase. Und wer... Hast du die überhaupt? Ja. 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 Wer muss jetzt ziehen? Äh, ich hatte die. Wir haben das. Nein! Nein! Ich habe mir den. Sag einfach Center Shop. Zeig. Sag mir. Noch ein Center Shop. Wir haben uns schon den blauen. Ein paar. Ja. Ich muss den blauen. So. Ich habe... Werde hier. Die ganze Woche das. Ach. Die sind weiß. Ich nehme mal deine Schere. Ach nein. Gelbweiß. Ich habe schon wieder Angst. Hehehe. Okay. Ich mache das schon den ganzen Tag. Hehehe. Also. Okay. Was geht da hin? Die Zitrone. Pan is green sauce. Mmmmm. Die Zitrone, was? Mhm. Okay, jetzt geht's. Es ist sausauer. Mhm. Aber danach... Richtig wie eine Zitrone. Ja. Ja, gestern. Nein! Forever loves. Das hast du noch nie. Ja. Dafür noch die Zitrone und die Zitrone wieder. Okay. Guck mir leid. Das ist lecker noch Zitrone. Okay, weiter. Gamer. Oh shit. Auch lecker. Ja, wieder was mit Zitrone. Welches? Ist es? Hä? Was? Was? Okay. Du? Du mach mich ab, ey. Warte. Äh. Was? Welchen haben wir... Das waren die Einzigen, die ich jetzt von denen genommen habe. Aber ich will keinen Lärmann. Bitte, 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 bitte. Nur getauscht. Und warm. Äh. 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 Riegel. 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 Ach du Scheiße. Tja. Ich mein nach Fuß ohne. Bisse Reaktion. Ich auch. Bitte. Kauft euch diese... Nie, nass. Nie. Oder wir müssen das Ganze heute aufbrauchen. Ja. Ich muss jetzt ziehen. Ja, wir haben die jetzt noch... Wir haben nur noch zwei Santa Shocks und dann haben wir uns ja zum Schluss, die sind cool, die nehme ich schon damit, dann hast du die und ich die, also ich tue die und ich die hier, oh die sind so gut, aber danach schmecken sie, also man hat sie schon so ein bisschen im Mund, aber ich spüre meine zu mir nicht, gut dass wir das zum Schluss auch gewonnen haben, dann ist das schon zick. Wir haben alle, an diesem Tag noch, haben wir alle unterteilt, noch an der Klinik, ja, wirst du jetzt vorhaben. Wir haben noch einiges, einiges. Und alles das. Sollten wir nicht ein extra Video dazu machen, sonst willst du ja noch so, wenn ihr da noch so, dann schreibt in die Kommentare. Ja, wir müssen hier einfach noch ein bisschen träumen, dann gehen wir auf den Nacken und ein bisschen Fitness machen. Und da in die Ferien ist kein Sport, die ist, ja, wir haben uns in den Fitness angeschrieben. Und dann auch gerade, also so ein Fitness. Wir sind so ein Fitness für die 13-Jährige, die ist, ja, ich denke, 17 oder 18 Jahre, ja, oder 17 Jahre. Und ich habe auch noch ein paar Stoßsachen gedacht. Und, ja, morgen kommt die Limp-Stick-Challenge. Da kriegt man alle Limp-Stick-Challenge. Und dann, ähm, auf meinem Blog-Kanal. Auf meinem Blog-Kanal. Entschuldigung, gucken. Und, ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen. Okay, wir sehen uns jetzt schon. Morgen. Und, ähm, ah. Und, ja, tschüss.